noch mal Knopf gedruckt wie sag ich gerade? Alex ist es mich verwirrt, dass du das zwischengeredet hast ich habe angeblich Ping wo ist Ping? wobei ich beim spielen spiele ich es gerade nicht wobei es ist ja bekannt, dass Years of Star momentan aus irgendeinem Grund ein paar Ping-Probleme hat ja, das ist durchaus bekannt wobei Dylan und ich hatten letztens eine Runde da war es so schlimm da ist durchgehend das halbe Team rausgeflohen das Spiel hat durchgehend geleckt ich habe mich absichtlich von dir hucken lassen weil ich dagegen hucken kann Hilfe du hättest besser so ein Strahlung durch uns beide machen weil dann hättest du dich und ich mich gehalten ich hielt überhaupt nicht oh ja, aber der hielt voll wenig aber damit hättest du zwei geheilt ja, aber du bist nicht gehalten lol der bitte arschloch ach ne kann ich zweimal gucken? hä? wie kommst du jetzt auf zweimal hoch? hat er dich gerade zweimal gehockt? äh ja, die CD ist wahrscheinlich schon abgekling ne, das wird bestimmt nicht das böse ist, im Gegensatz zu Stitches hab ich auch noch ein Selfie der bitte oh, hat der auch ja das ist richtig, seine Ehe aber ich mach mir Schaden und ich hab den Kill bekommen ernsthaft ja, mit meiner Weh einfach durchgeballert richtig unfür Spielunbelangst NEIN NEIN blöde KU ich bin was mit too top hab nix für den Gap keinen Heal ready gerade ja, dann bleib die hier, ich geh ja, ne, dann Jaina geh du hoch ist mir auch egal ich glaub wir sollten direkt meinst du? kann die nicht healen, wie gesagt ja, schau ab das ist halt das Problem mit Abortor der ist so einfach oben am Aushilfen boah, NEIN ok, hätt ich eigentlich wissen müssen aber ich hab irgendwie auch wie so ne ich weiß nicht, irgendwie Artruck? das fehlt mir bei OBS ich hätte gerne ne Anzeige wie viel, äh, Frames ich gerade hätte habe na doch warum er ist nicht? doch klar dann sind wir rechts achso, ja stimmt ja, da muss ich raus tappen und der sagt mir an 30 aber das kann irgendwie nicht sein so ne, es ist die Fangraten, die du wahrscheinlich aufnimmst wenn du mehr FPS hast wird es dann immer runter dort NEIN warum war das Stitches noch? warum war das Stitches noch? warum war das Stitches noch? meine Wut lässt sich nicht aufweiten meine Wut lässt sich nicht aufweiten ich komm mal mit lan weil du ja scheinbar so alleine bist alles aber nicht guter Lives Matter guter Lives Matter guter Lives Matter komm, den kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir oder auch nicht ne, ich hab nie warum sind die so viele der Hook kam jetzt ungelegen der Hook war gemein jetzt sterben wir wartet ab wenn wir Ulti haben die haben wobei die haben auch noch die haben schon das siebende Talent wir brauchen auf jeden Fall auch das siebende Talent ich werd mich auch noch schnell drum kümmern wobei Abato will auch nice so runter mit uns warum sind eigentlich mal alle da wo ich bin warum sind eigentlich mal alle da wo ich bin ach so wegen dies und das ich komm nicht um ihn ran äh hallo wegen Turm und so ne ja ist nicht der Easy Heal jetzt werd ich sterben kannst mein persönlicher Live Bodyguard jetzt sein das war nicht so geil das war nicht so geil wir sind nicht ich war halt blöd dass ihr hinterher gegangen seid oh oder Abato ist nicht schlecht würd ich mal behaupten äh hä ich sag si ach Gott manchmal minikarten und so soo wettbepponten ein bisschen XP ruhts doch immer guut im grämin geht auch immer gut, hab ich gehört ein grämin was? grämin hab ich gesagt welcher grambling? behindert? nur, du? grämin graumäne tut mir leid, ich gehöre nicht zu deiner Kids-Generation, die alles auf Englisch sprechen müssen weil sich Englisch so viel cooler anhört es gibt schlimmere Namen als graumäne, also beschwere dich nicht bei so einem Namen stormgrim stormgrim als Beispiel dicht gefolgt von frostkram wobei frostkram geht auch irgendwie irgendwo noch ja, so in der hintersten eigentlich größtens stormgrim vor allem wenn die doch früher stormrage hießen hießen doch stormrage, ne? dann hätte man sie doch vielleicht stormzorn nennen können das hört sich scheiße an besser als grimm das stimmt was sind denn mal furion und illitha die gebrüder grimm wir haben ulti jetzt macht power was? ich bin tot oh man, der zerpflückt sonst wird sein boah, das würde mich jetzt als Jaina ärgern das hätte mich jetzt als Jaina geärgert was denn? Tykes ist wirklich mit so ein zwanzigstel Fingernagel-Leben davon gekommen ein zwanzigstel Fingernagel-Leben ja stell dir deinen Finger vor dein Fingernagel dann von ein zwanzigstel und das als Balken als Leben okay guck's bei mir in der Aufnahme alles klar, mach ich ah, Abatou hat die Push-Vulti gleich mir schon da, chill mal dein Leben chill mal Digga wusch 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 Kiki, die haben uns geholfen. Oh Gott! Okay, dann mache ich mich aus dem Staub. Walla! Lauf! Nigaro! Haben wir denn wenigstens das in der Mitte bekommen? Habe ich gar nicht so aufgepasst. Ich sehe, wer tot ist. Weniger. Nee, haben wir nicht bekommen. Das sind wir sicher nicht. Das Ding ist, wir kommen doch nicht mal so zum Normal-Pushen. Die Jane of Kau? Nein, nein, die war bis gerade tot. Yo, Boss! Ich habe jetzt noch stimmt. So sehr wie in der letzten Folge zerstört haben, so werden wir jetzt zerstört. Jetzt werden die gestompt, aber komplett. Boah, das ist ja... Wobei, ich würde uns... Ich habe schon mit schlechteren Teams gespielt. Weil du bist ja eigentlich verhältnismäßig für den Anfänger recht gut. Der Abator scheint gut zu sein. Ich bin sehr gut. Aber Jaina und Walla scheinen auch nicht so komplett vom falschen Eltern zu sein. Deswegen weiß ich... Nur ist die Jaina nicht. Von der Walla habe ich noch nicht voll zu viel mitbekommen. Außer, dass die jetzt gerade in der Mitte gestompt wurde. Oh, Abator wird auch gestompt. Ich sehe nur, wie die Leichen mittlerweile rüberfliegen. Oh. Jetzt wird nicht gestompt vom Boss. Was da? Was ist denn da ein D-Match-for-Bill kaputt? Hashtag killdominions. Und die Folge für Tyson. Begraben, ausgebuddelt. Und gefickt. Wut. Boah, dieser Stunt von... Ne? Das ist... Ich bin tot! Ich glaube, ohne Spaß, diese Folge wird Lockdown heißen. Lockdown? Wie richtig Folge heißt Lockdown? Ich nenne sie die Penetration. Okay. Und wer bei Stunt? Nein, ich finde krass. Der hat ein Gessler fickt. Ist der Gessler dieses Stunt? Ja! Der war bis gerade... Minion-Damage am höchsten. Äh... Heldendamage ist er immer noch am höchsten. Pssss. Unfassbar. Das heißt, wir müssen Gessler... Fokusten. Ich hab Gessler voll unterschätzt, weil halt Gessler... Das werden wir so überhaupt nicht überleben. Äh... Eventuell. Wir haben noch einen Fort. Wir müssen halt... Wirklich... Fok. Wir müssen auf Gessler... Scheiße, zu spät. Gessler haut uns so um. Heil Jaina hoch. Ruhig. Also... Immer noch. Ich hab auch Leute wieder aufgebaut. Ähm... Gessler ist echt ein Problem, weil der haut... Seine Bombe... Und... Äh... Sei... Seine Ulti so... Der macht's... Boah, aber... Der Taikus gerade mit seiner Granate... Der ist auch ein bisschen behindig. Das ist wirklich echt irgendwo ein bisschen traurig. Wobei, wir können noch die Top-Lane umkämpfen. Wir sollten wollen, dass wir die Hot-Lane verteidigen. Äh... Jetzt kann ich auch kommen. Auch wenn jetzt schon zu spät ist. See Yolo-Mob. Doppel-Kill. Oh, der Dazwog. Ich muss an deren Gessler... ...davor er mich stunt. Also noch irgendwas heilendes? Ja, ich bin mit der Stunt. Nein, du hast mich nicht getroffen! Nein, jetzt hab ich nichts mehr. Ich stunt. Warte, eine Sekunde. Hat dich geült? Nein! Kommt! Boah, das war jetzt so ein nicer Teamfight. Wala. Boah, Wala haut raus. Ich sage ja, Wala scheint auch nicht so von schlechten Eltern zu sein. Ja, Team, you are useless. Aber, aber tu nicht, denn... Der hat ihr schon mal das Leben gerettet. Mann, ne, tut mir leid. Jetzt... Darauf geh ich jetzt nicht rein. Ich will nur mal gesagt... ...haben, Wala, falls du gerade zuschaust. Wenn du eins gegen fünf rein rennst... ...merkst du selber wahr. Und das ohne den Uther. Der unten alleine verteidigt hat. Warum ist der Abatour nicht auf mir? Jetzt nicht mehr. Ich würde mal behaupten, Abatour ist am besten bei einer Kämpfern. Die wollen, dass wir jetzt den Boss machen, das wird aber vorne und hinten nicht funktionieren, das prophezeit. Wir werden jetzt gar nicht mehr... Also ich werde jetzt nicht den Boss machen, weil wir ganz so ausgehen. Wissen wir wahrscheinlich, weil jetzt aber ein Boss-Boss-Fight wird. Ein Boss-Boss-Fight? Also, ein Boss-Um-Fight. Boss-Team-Fight. Ungefähr. Wurde gefressen. Komm schon, triff! Ja, ich konnte kaum eine machen, aber... Kannst du sie heilen? Ja, jetzt. Nice. Das gilt jetzt nichts, so sie klingen. Das brauche ich denn hier. Pottisch. Ach ja. Wir haben sie zumindest schon mal überholt, jetzt brauchen wir nur noch ein paar... Ja, überholt, ne? Hm? Überholt, ne? Also zumindest vom... Vom Balken her, aber es ist eh total... Fuck. Ja, die hatten den Turm jetzt. Ah. Okay, ich hab' ich mitbekommen. Okay, ich hab' unser schwaches Glied dann wohl gefunden, es war Waller. Äh, ja. Eins gegen fünf und dann das Team bleiben, das ist... Ja, es ist... Ne? Das ist genauso wie dieser Tank in WoW einmal, der die ganze Instanz gepullt hat und dann sich beschwerte, dass ich mit dem Heil nicht hinterherkomme. Also, dazu muss ich aber dann auch noch sagen, es geht, das geht locker und es ging auch schon zum Zeitpunkt als, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt gemacht hatte und diesen Fall hatte. Aber man sollte dann auch Akro halten. So, aber das war's mit der weiteren Folge Hot. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.